Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Bild so anfügen könnt, mit OpenOffice und auch im Hintergrund, das Bild zu haben. Also wir wollen zum Beispiel das Bild einfach hier anfügen und wir können einfach anfügen gehen und das Bild aus unserer Datei einfach zu holen. Und von daher zeige ich euch. Also wir gucken, wo wir das Bild haben, das wir einfach anfügen wollen. Zum Beispiel dieses Bild wollen wir zum Beispiel anfügen und zum Beispiel, das ist schon da. Und wir können zum Beispiel anfangen einfach zu bearbeiten. Zum Beispiel, wir werden dieses Bild zum Beispiel nochmal transparent machen, indem wir einfach hier kommen und einfach das Bild transparenter zu machen. Und wenn wir merken, es ist ein bisschen viel, dann können wir einfach hier weniger machen. Und wir können auch das Bild zum Beispiel Spiegel, wie Sie anfügen. Und einfach hier können Sie auch Spiegel, Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und Sie können auch das Bild einfach im Hintergrund haben, indem Sie einfach die rechte Taste gehen auf Umlauf und dann im Hintergrund und der Text wird einfach im Hintergrund sein. Und Sie haben auch die Möglichkeit, den Text einfach gleichmäßig zu reduzieren, einfach zu verkleinern oder zu vergrößern. Und damit es einfach euer, ja, damit es einfach zu euch passt. Und Sie haben auch die Möglichkeit, das Bild einfach so zu positionieren, wo Sie haben wollen, einfach ganz manuell. Also ich mache es mal zu, Entschuldigung. Und dann können wir einfach so das Bild manuell positionieren, wo wir das Bild haben wollen. Und Sie sehen schon, Sie können einfach mit dem Bild einfach so rum, ja, einfach bearbeiten, wie Sie wollen. Und dann können Sie positionieren, wie Sie wollen. Genauso können Sie auch hier einfach mit der Ausrichtung einfach machen, links, zentriert oder rechts machen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, oben, ganz oben zu verschieben, ganz in der Mitte oder ganz unten, also zu verschieben. Oder mit ganz normalen, manuell so zu verschieben, drücken Sie einfach die Taste und dann können Sie einfach mit dem Bild bewegen, wohin Sie gehen wollen. Und dann können Sie einfach positionieren, wo Sie das Bild haben wollen. So können Sie einfach machen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, das Bild, wie gesagt, einfach zu vergrößern, gleichmäßig zu vergrößern oder das Bild einfach zu verkleinern. Und also setzen Sie einfach auf diese Punkte und dann können Sie einfach verkleinern, wie Sie wollen. Ups. Oh, Sie können einfach, Ups, Entschuldigung. Und Sie können einfach, wir können mal auf unser Bild und dann können Sie einfach weiter bearbeiten. Und von daher, Ups, OpenOffice hat ein Problem und von daher zeige ich euch in den Link. Ah, so, es ist wieder da. Und dann können Sie einfach reduzieren, wie ich sagte, und einfach nochmal vergrößern, wie Sie wollen. Vergrößern, verkleinern, vergrößern, verkleinern, wie Sie einfach wollen. Holen Sie einfach eine Ecke und mit der Ecke können Sie einfach alles machen, was Sie wollen. Mit der Verankerung hier können Sie einfach auch, ja, verarbeiten, wie Sie wollen. Sie können zum Beispiel mit der Verankerung sagen, also ich möchte meine Verankerung an der Seite haben. Und dann wird es einfach so sein. Und Sie merken schon, also die Verankerung ist an der Seite. Und Sie können auch hier oben einfach alles machen, einen Absatz machen. Und es wird einfach so sein. Und Sie können nochmal, nochmal richtig machen, wie Sie wollen. Und Sie können auch sagen an Zeichen, dann wird es einfach anders sein. Und Sie können immer wieder einfach manuell einfach so bearbeiten, wie Sie wollen. Also von daher hier die Möglichkeit besteht schon. Oder an Zeichen setzen. Und Sie sehen schon, alles bewegen sich einfach ganz anders jetzt. Und von daher. Und Sie können immer wieder ändern, wie Sie wollen. Und von daher habe ich euch die meisten Sachen wirklich beigebracht, wie Sie einfach machen können. Und mit der Umrandung können Sie einfach hier eine Umrandung auswählen. Und einfach sagen, ich möchte diese Umrandung haben. Die Linie finden Sie einfach hier. Ich hole eine dicke Linie, damit Sie besser sehen können. Und die Farbe können Sie auch ändern, wie Sie wollen. Und von daher haben Sie die Möglichkeit, alles zu ändern, wie Sie wollen. Und Sie können auch die Konturen nochmal richtig ändern, wie Sie wollen. Zum Beispiel richtig schneiden. Ich zeige euch, wie die rechte Tasse rumlaufen. Und dann von dort bearbeiten. Und hier haben Sie die Möglichkeit, entweder mit Rechteck, Epipsen oder Polygon zu bearbeiten. Wir holen zum Beispiel das einfachste Rechteck. Und dann können Sie einfach so machen. Und das Bild wird einfach so. Und dann können wir jetzt hier zuweisen. Und dann haben Sie zugewiesen. Und sofort sieht das mit ganz anders aus. Sie sehen schon, was die Ehrerscheine. Ich freue mich einfach, das Video mit euch getan zu haben. Und freue mich einfach, das nächste Video auch mit euch nochmal zu teilen. Ich freue mich einfach, das Video auch mit euch.